Das ist der Salzburger Magazin und das sind die Themen. Rund um die Uhr für Sie erreichbar, das Kundenservice der Salzburger AG. Wir stellen Ihnen wieder einen neuen Lehrberuf vor und wir verraten Ihnen, warum Sie unbedingt Ihren Zählerkasten tauschen sollten. Jederzeit erreichbar zu sein, das ist die Aufgabe des Salzburger AG Kundenservice. Egal ob am Schalter oder per Telefon, wir beraten und unterstützen Sie rund um die Uhr. Ein guter Service für den Kunden ist der Salzburger AG besonders wichtig und aus diesem Grund gibt es auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Einerseits geht das kostenlos über unsere Service Line, per E-Mail, am Kundenschalter und auch digital über WhatsApp. Wir beraten und unterstützen unsere Kunden zu allen Produkten und Dienstleistungen der Salzburger AG. Das beginnt bei unseren Strom- und Erdgasprodukten, genauso wie Fernwärme WDS, Wasser, Verkehr mit O-Bus und Lokalbahn, aber auch zu unseren Telekommunikationsprodukten Kabel-TV, Internet und Telefonie. Die Anrufgründe sind sehr vielfältig. Das betrifft zum Beispiel die Anmeldung zusätzlicher Produkte, etwa beim Einzug in eine neue Wohnung oder ins Haus. Am besten, man merdet sich telefonisch bei unserer kostenlosen Service Line. Die erfassen dann zum Beispiel einen Einzug und man kann sofort alle Details abklären, wie zum Beispiel auch einen digitalen Rechnungsversand. Ein anderer Themenkomplex ist die Rechnungslegung und Kontenklärung. Gemeinsam versucht das Kundenservice die offenen Fragen zu klären. Auf Kundenwunsch können Rechnungen oder Zahlstellen nochmals nachgesendet werden. Generell empfehlen wir aber auf SEPA Lastschriftverfahren bzw. Abbuchungsauftrag umzusteigen. Dort hat der Kunde dann nichts mehr zu tun und die Forderungen werden automatisch im Nachhinein abgebucht. Zusätzlich erhält der Kunde dann auch noch Freitage. Das Kundenservice der Salzburger AG hilft auch bei aktuellen Aktionen und Angeboten weiter. Wie zum Beispiel bei unserer Bindungsaktion oder unserer Produktkombi ZAM. Am besten geht es über unser Kundenportal. Dort kann man sich für die Bindung sowie für ZAM registrieren. Für beides gibt es Freistromtage. Zusätzlich zu ZAM können Sie noch die Salzburger AG Vorteilswelt nutzen. Beides können Sie aber natürlich auch über unser Online-Kundenportal beantragen. Bei vielen Anrufen geht es um die Telekommunikation. Wir beraten dabei gerne unsere Kunden über unsere Internetprodukte. Das beginnt bei unserem Einsteigerprodukt Cable & Clyde bis hin zu unserer Xtreme & Business Produkte. Seit letztem Jahr können wir sogar ein Zusatzprodukt für Kabel-TV bieten. Das ist HD Extra. HD Extra bietet 14 zusätzliche Kabel-TV-Sender wie zum Beispiel ProSieben, RTL, SAT.1 oder auch Puls4. Die Infos dazu finden Sie aber auch auf www.salzburg-ag.at. Und weil wir gerade im Internet sind, auch hier können Sie mit uns in Kontakt treten, hier online über das Online-Service. Mit unseren Services sind wir somit rund um die Uhr für den Kunden jederzeit erreichbar. Sowohl online als auch persönlich und natürlich gerne am Telefon. Eine Lehre bei der Salzburg ist attraktiv und spannend zugleich und außerdem herrscht zwischen unseren jungen Kolleginnen und Kollegen ein sehr gutes, wenn nicht freundschaftliches Klima. Einen Lehrberuf, für den wir noch Verstärkung suchen, den stellen wir Ihnen jetzt vor. Die Salzburg AG hat schnelles Internet und Kabel-TV. Dass das auch so bleibt, dafür ist Georg zuständig, unser Lehrling. Und wie es ihm dabei geht, schauen wir uns jetzt an. Morgen Georg, wie geht es dir? Mir geht es super. Was machst du denn da? Ich schaue gerade, ob die Signalqualität am Fernseher passt, dass der Fernseher optimal laufen kann. Aha, und wie heißt dein Lehrbüro? Elektronik, Kommunikationselektronik. Wie schaut denn so deine Arbeitszeitdruck aus? Ja, wir sind viel bei den Kunden unterwegs und in letzter Zeit bauen wir jetzt voll die Netze aus, dass wir ein gutes Internet haben. Und da sind wir natürlich wieder in unserem Beruf an vorderster Front dabei und wirken voll mit, dass das Internet immer schneller wird. Wie geht es dir da mit den Arbeitskollegen? Ja, die Arbeitskollegen sind voll nett, mit denen verstehe ich mich auch voll gut und kann mir eigentlich nichts sagen gegen. Zwischendurch habt ihr auch eine Lehrwerkstätte, habe ich gehört. Ja, wir haben eine neue Lehrwerkstätte bekommen, die ist voll schön, haben sie ein wenig umgebaut. Und da bereite ich uns unser Lehrlingsausbildner optimal für die Berufsschule vor. Und wenn wir in der Schule gut sind, dann kriegen wir natürlich auch eine Prämie dafür. Ich würde dich gar nicht weiter stören, ich wünsche dir einen schönen Tag und danke dir. Ciao, für dich. Für dich. Wenn Sie noch einen alten Zählerkasten bei Ihnen zu Hause haben, dann sollten Sie diesen schon wegen Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt tauschen. Im nachfolgenden Beitrag sagen wir Ihnen auch warum. Wenn Ihr Zählerkasten noch so aussieht, dann müssen Sie auf jeden Fall reagieren, denn ein alter Zählerkasten ist ein ernstes Thema und sollte auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden. Der Zählerkasten ist das Herzstück eines Hauses. Er sollte dem Stand der Technik und den gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Jeder, der mit einem alten Zählerkasten ohne FI-Schalte im Haus lebt, der muss mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko rechnen. Wir haben Christina Bürgi in Salzburg-Itzling besucht, die sich nach dem Hauskauf alles erneuern lässt. Uns ist das gesagt worden vom Verkäufer, da haben wir, wie soll man sagen, erste Hinweise bekommen, dass eben die Elektrik nicht ganz am neuesten Standard ist und haben dann relativ schnell entschlossen, einfach bevor wir einziehen, das ist auch eine langfristige Entscheidung, so ein Haus zu kaufen, dass wir das jetzt machen, da umzurüsten. Es gibt ein paar unterschiedliche Stadien von Verteilerkästen. Teilweise sind es nur Holzkästen, dann brauche ich gar nicht überlegen, dann ist es sicher nicht mehr am neuesten Stand. Und teilweise sind es schon Metallverteiler, wo aber nur zum Beispiel der FI-Schutzschalter nicht eingebaut ist. Und auch das ist suboptimal, hier sollte auf jeden Fall gehandelt werden. Doch wer ist im Haus für den Zählerkasten verantwortlich? Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand einer Anlage liegt normalerweise beim Hauseigentümer oder beim Vermieter. Es kann aber auch der Mieter sein. Nach einer ordnungsgemäßen Übergabe ist nämlich der dafür verantwortlich, dass er Mängel beheben lässt. Wenn er das unterlässt, dann können im schlimmsten Fall für ihm strafrechtliche oder zivilrechtliche Konsequenzen folgen, wenn zum Beispiel durch ein Brand eine Person zu Schaden kommt. Und solche Brände kommen immer wieder vor. Jährlich gibt es ca. 7000 Brände in Österreich. Davon sind etwa 1000 auf alte oder mangelhafte elektrische Anlagen zurückzuführen. Dabei kommt es zu mehreren Millionen Euro Sachschaden und im schlimmsten Fall sogar zum Verlust von Menschenleben. All das wäre nicht notwendig oder könnte ganz einfach durch den Einbau von FI-Schutzschaltern oder Überspannungsableitern und den ordentlichen Zustand von elektrischen Anlagen vermieden werden. Wie kann man jetzt allerdings als Otto-Normalverbraucher testen, ob der Zählerkasten noch dem Stand der Technik entspricht? Das erste, was er auf alle Fälle kontrollieren kann, ist ein FI-Schutzschalter vorhanden. Wenn einer vorhanden ist, dann soll er die Prüftaste drücken, das zweimal im Jahr. Bei den Überspannungsableitern in den neueren Verteilern, die sind meistens im rechten Unterteil vom Verteiler eingebaut. Da gibt es meistens so rot-grün Kennzeichnungen, dass der Überspannungsableitern, wo er innen rot ist, dann ist er defekt und gehört ausgetauscht. Das ist Überspannungsableitern, das schützt die elektronischen Geräte im Haus. Schlechte Isolierungen, fliegende Klemmen, das sind so Sachen, die man oft zieht, offene Dosendeckel, das kennt derlei auch. Wenn man das alles beachtet und alle zehn Jahre seinen Zählerkasten und die elektrischen Anlagen einen Check unterzieht, ist man schon mal relativ gut unterwegs. Meine Motivation war in dem Fall einfach, das Haus in einen guten Zustand zu bringen. Das ist eine Substanz, die wir langfristig bewohnen wollen und auch dann in einen guten Zustand für den Fall der Fälle irgendwann einmal übergeben könnten. Also jetzt alten Zählerkasten aus Sicherheitsgründen tauschen und vor allem, um sich für die Zukunft fit zu machen. Alle Infos zu den Salzburger G-Elektroservice-Partnern, also die Elektriker unseres Vertrauens, finden Sie auf unserer Website. Wir bleiben auch gleich in den eigenen vier Wänden und zeigen Ihnen jetzt, wie Sie am besten Energie sparen können. Meine Kollegin Lisa Reischl von der Energieberatung der Salzburger G hat wieder einen nützlichen Tipp für Sie. Herzlich willkommen bei den Energiespar-Lifehacks der Salzburger G. Heute sehen wir uns die Fensterdichtung etwas genauer an. Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit sollte man darauf achten, dass die Fenster ordentlich schließen. Ähnlich wie bei dem Blatttest beim Kühlschrank sollte man schauen, ob die Dichtungen noch ausreichend intakt sind. Einfach ein Blatt Papier zwischen Fensterstock und Fensterklemmen und daran ziehen. Je schwieriger das ist, desto besser die Dichtung. Dasselbe können Sie natürlich auch bei der Haustüre probieren. Sollten Sie Ihre Fensterdichtungen wechseln wollen, hilft Ihnen der Klimabonus und fördert diese Maßnahme. Das war das Salzburger G-Magazin. Alle Informationen zu unseren Themen finden Sie natürlich auch auf unserer Website unter salzburg-ag.at und dort zeigen wir Ihnen natürlich auch, wie Sie noch jede Menge Freitage sichern können. Wo wir mit Ihnen über das Bauen und Wohnen sprechen. Besuchen Sie uns auch heuer im Messezentrum am Stand der Salzburger G. Salzburger G. Wo Zukunft ins Leben kommt. 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 Vielen Dank.